Ist es in Navasana am Boot wirklich wichtig, den Rücken lang zu halten oder geht es um etwas anderes? Wir bedienen in Navasana ganz viele verschiedene muskuläre Systeme. Aber ein System ist ganz wichtig und ganz relevant für die Haltung, nämlich die beiden Hüftbeuger. Und die beiden bestehen aus dem Musculus Iliacus, der kommt von der Beckenschaufel zum Oberschenkel, und dem Musculus Psoas, der kommt von der Lendenwirbelsäule über das Becken an den Oberschenkel. Und wenn er von der Lendenwirbelsäule kommt, dann macht er bei einer Kontraktion das Anheben des Beckens, aber auch eine leichte Rundung des Rückens gegen das Becken. Also beide nähern sich einander an. Wenn wir den also wirklich kontrahieren wollen, wird der Rücken gar nicht ganz lang bleiben können. Also ihn etwas rund zu machen, ist eigentlich für die maximale Kontraktion des Hüftbeugers eine ganz wichtige Sache. Und ein zweiter Punkt kommt dazu, der Musculus Iliacus, der vom Becken zu den Oberschenkeln zieht, der also gar keinen Einfluss auf die Wirbelsäule hat, der ist bis zu einem Flexionswinkel, Beinen, Becken, Oberkörper von 90 Grad primär aktiv. Das heißt, den oberen Teil des Hüftbeugers, den, um den es für die Haltung wirklich geht, den kriegen wir erst ab 90 Grad. Wie muss also Navasana aussehen? Du machst den Rücken erst gerade, ziehst die Schultern zurück, dann hebst du die Beine an und versuchst, den Winkel über 90 Grad zu bringen. Wenn es von der Kraft nicht funktioniert, beugst du die Beine ein bisschen und ziehst sie trotzdem näher ran. Und du siehst auch, mein Rücken wird leicht rund, weil nämlich genau der Psoas jetzt ab diesem Winkel erst wirklich arbeitet. Zusammengefasst lässt sich also sagen, die Beine lieber näher ran und immer nur so weit strecken, wie es halt geht, statt sie tiefer und gestreckt zu halten. Und der Rücken darf, muss sogar ein klein bisschen rund sein. Abonnierenzeig. gehen aire. Uña結.